Und damit moin moin und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Going Medieval. Ähm, fleißige Siedler, ne? Haben das hier schon weggerissen. Bringt uns nur überhaupt nicht viel, weil irgendwie müssen die hier wieder rauskommen. Zack. Dann muss hier wieder was drunter gebaut werden. Zack. Das müssten sie jetzt erstmal bauen. Zack. Äh, was beim letzten Mal aufgefallen ist, wir haben kaum Holz. Und wenn man hier so schaut. Wir haben ja viel Wildwuchs. Und dann haben diesen Baum. Aber, ich glaube, Pflanzen schneiden hat keiner wirklich auf der Agenda. Und zack. Adulf hat ja jede Menge schon so zu tun. Da kann auch mal jemand anderes was machen. Zack. Das kann ganz weg. Das ist unsere alte, äh, Holzfarm. Die ja nun. Die ja nun. Äh. Das ist nicht unsere alte Holzfarm. Ich dachte, ich hätte die mal umgesetzt, aber nein. Aber ich glaube, danach haben wir genug Holz. Zumindest für die nächste Zeit. Also genug Holz gibt es nicht. Zack. Pilser. Und zack. Und weiter. Weil jedes Mal kommt immer die Meldung, äh, nicht genug Ressourcen. In dem Fall. Äh. Problem ist, die Johannisbeeren, die brauchen wir ja definitiv. Ähm. Das war zu weit. Äh. Für die Stimulantien. Uns bringen diese Apfelkuchen sind ja noch okay. Johannisbeerkuchen irgendwo. Müssten ja auch welche sein. Einfaches Heilpaket. Nein. Wir haben ja wirklich nichts zu essen mehr. Aber ist ja, ja, fast nichts zu essen. Aber wir legen uns hin und schlafen. Hm. Da liegt auch hier eine Menge rum. Aber wir haben es geschafft, ganz clever und ohne Probleme hier nach unten zu buddeln. Genau. Ich bin ja schon ein Stück begeistert. So. Ich habe Holztrappen gesetzt. Äh. Auf lange Sicht glaube ich nicht, dass clever ist, dass man machen kann. Einfach weil. Holztreppe. Hat einen Wert von 62. Und wenn man eine. Lehmziegeltreppe. Ja. Lehmziegeltreppe. Die hat einen Wert von 183. Zack. So, in der Wert beschreibt ja im Endeffekt nur. Geh nur da. Warte mal. Ach nö. Guter Traum. Das ist ja hübsch. Ah. Gipfen. Nein. Also geht es eigentlich nur darum, dieser Debuff mehr oder minder mit hässlicher Ausstattung. Genau. Dieser Wert ist genau dafür da. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir lange warten müssen. Bis mal die Lehmziegel durchgebrannt sind. Was erst am nächsten Abend passieren wird. Ach, guck mal. Da verstecken sich sogar Pilze. 43 Holz noch auf, äh, im Lager, aber 12, 24, 82. Tatsächlich. Also hier liegt noch genug Holz rum. Wo baut er dann als nächstes? Ach, dafür haben wir noch was. Komisch. Ich mein, ja, die Mauer sind Langzeitprojekten, nenne ich es mal. Und so soll es eigentlich auch sein. Also es ist, das Problem ist, bei dem Bau selbst kann man nicht sagen, äh, bitte zuerst das, dann das. Die bauen eins nach dem anderen. Das ist natürlich, hm, irgendwas hatte ich da mit Fotos, die ich zwei Lügen gelassen habe. Jo, hatte. So. Wenn wir hier sind, da sind sechs Felder nur. Dann reist man den Apfelbaum ab, den Apfelbaum. Das ist der einzige Nachteil, wenn man so eine Apfelplantage macht. Das nebenan immer wieder Äpfelbäume wachsen, die aber eigentlich nicht geerntet werden, in dem Sinne. Das heißt, das muss man immer selber anweisen und, äh, eigentlich möchte ich, dass das automatisch läuft. Deswegen, ähm, lasse ich die mal fällen, habe einen Setzling und mit dem Setzling geht dann jemand hin, pflanzt den da hin und gut ist. Okay, genau. Hier sind wieder Pilze. Ich hoffe ja, dass irgendjemand die auch erntet. Beispielsweise Kipf wäre schön gewesen, aber... Äh, stopp. Gut. Ja, so viel zu. Wir bauen die Treppe und der Baubereich muss erst freigemacht werden. Da kommt aber keiner hin. Das ist ja das Problem dabei. Wenn ich jetzt... Moment. Da liegt noch was. Ah. Tja, oder? Wenn du gerade hier so rumrennst, dann mach mal das. Kommt sie da überhaupt hin? Das ist jetzt nämlich die Frage. Und da sie das nicht macht, scheinbar nicht. Ach ja, das wäre ja viel zu einfach. Zack, zack. Und dahin. Dann müssen wir mal schauen. Hoffentlich bauen sie es trotzdem. Forschung verfügbar. Na, mit 15 kommen wir nicht. Weil jetzt wir müssten... Wieso habe ich nur 15? Schmelzen, schmieden, ist das... Ah, da fehlen noch zwei. Zwei Lehrbücher noch. Und dann hätten wir zumindest die Imkerei. Macht doch keiner. Oh, cool. Na ja, also das wird zumindest schon mal angeboten. Und der verschwundene Weizen oder Gerste... Gerste. Ist inzwischen auch da. Und jetzt stop, stop, stop. Richard. Was, Ressource nicht verfügbar für Lieferung. Doch, die liegt hier. Ähm, ja. Zur Gerste. Zack. Ich weiß, wir haben noch nicht so viel, aber... Noch ist es ein Flaxfeld. Gerstenfeld. Erweitern macht mehr Sinn. Ja. Essen, trinken, beten. Das habe ich genau gesehen. Genau. 40 Lehmziegel. Der Bereich muss erst freigemacht werden. Der Bereich kann aber nicht freigemacht werden. Außer... Nein, auch dann nicht. Hm. Ähm. Wenn ich da jetzt eine Holztreppe hinbaue. Weil... Man sieht ja, die ist relativ offen. Wird die dann jetzt gebaut. Die Holztreppe wird gebaut. Von Kipp. Ach ja. Die Holztreppe soll gebaut werden von Kipp. Aber nein, oder macht es gut. Dann kommen wir nämlich auch dahin, wo wir hinwollen. So. Hier schon mal ein Eingang. Dann... hier breit und dann fangt man alle deutsche sprache spieler sprache fangt mal an also kurze erklärung also ich bin hier in gang bauen hier erstmal den ersten weg rein wir haben ja relativ langen gang hier schon da auch der plus drei breit würde das ja auch hier reichen man kann hier keine treppe hinsetzen aber so schräg durch die wand bauen eigentlich bin ich schon ganz mehr auskram wir haben hier eine stabilität von 323 es sollte eigentlich nichts passieren hoffentlich das einzige ist natürlich hier 3223 was könnten wir dahin durchbauen das weg 3223 das müsste eigentlich so funktionieren wobei man dann hier lang noch na wie heißt jetzt holzbalken oder balken allgemein durchziehen kann für die stabilität so das ist ja noch mal noch irgendwas wird hier haben wir zur kompost naja kochen die eigentlich noch ja so ist irgendwas kaputt gegangen torshammer nee das ist gut das da und du wirst gesagt naja gut ja mit acht gerste kriegt man das feld nicht voll das ist doch was kaputt gegangen so genau hier sieht man jetzt aldolf pflanzt jetzt die apfelbäume also die die wir vorher rundherum stehen hatten ja immerhin 13 bald 14 und dann müssen die nur noch wachsen in 14 tagen und 13 stunden haben wir dann endlich auch äpfel ich meine inzwischen sehe ich gerade johannesbären für den notfall wären johannesbären da der notfall wäre aber auch dass der alkohol dann zur neige geht deswegen haben wir jetzt die imkerei schon so die imkerei 1234 ich meine wir haben den platz in dem fall lieber zu wenig als vier honig als zu wenig honig so was brauchen wir noch die brauche eigentlich hier hoi jede menge davon zack das geht's koffer wunderschön schnell nein nein nicht nur eine menge sondern immer zumindest am anfang immer 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 so fliegen jetzt hier schon bienchen rum im jetzt weil es kein interessiert wer ist denn tierhaltung die junge damme macht das doch liebend gern ich glaube das war das fliegen wunderschön schon Bienen rum sieht eigentlich nicht mal schlecht aus gefällt mir schön noch mit bisschen Sonne drauf damit haben wir zumindest Honig wir haben Bienenwachs das heißt es sollte einigermaßen auch jetzt Essen mit reinkommen wir haben abgebaut Rohstoffe die ruiniert sind aber ja was möchte man anderes erwarten ja zack ist der Balken rein genau und die Siedler haben sich wieder zur Bette gelegt und eigentlich wollte ich die Folge soeben beenden aber da kommen die was Ankrähenjünger was haben die denn schönes naja nicht so viel ich denke das schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja bis zum nächsten Mal zum Angriff der Angrähenjünger ciao ciao